so hallo und herzlich willkommen ist wieder mdna-killer heute zocken wieder customis call of duty black ops 3 mit snow globe area okay wir müssen teile einsammeln oder die jahre schon warte man kann ich hier auch ein bisschen wie weiß ich nie kugel da ist strom da ist auch noch ein paar irgendwo kann ich hier bestimmt die parts anbauen ist das hier exit 50.000 endgames hier ist die unterteile warte mal wir schauen jetzt erstmal wo die dinge an warte mal warte mal Wow, wow, wow. Wollen wir unser Glück versuchen? Was hat er denn Schönes? Oh, fucking Uzi, Junge. Eine fucking Uzi. So. Ach, guck mal hier. Ach, du kannst die Stäbe bestimmt in mir einsetzen. Okay. Ich muss da bestimmt schon einen zusammen haben, oder? Oh, Widow's Wine. Quickie, weifahren wir schon mal. Ich will jetzt erstmal die Stäbe versuchen. Ah, hier können wir ja mal zwischendurch machen. Eine recht einfache Karte. Nicht irgendwas außergewöhnliches. Okay. So einfach denn doch nicht. Wie gedacht. Wo ist er denn? Naja gut, du hast hier relativ viel Platz. Wie können das hier ganz gut trainen, das Ganze? Naja. Da hab ich noch ein Part. Wo kommt er denn? Naja, komm mal. Komm mal erstmal rein hier auf den Meter, mein Schöner. Ah, da schluckt er. Oh, du bist bleib, der Bursche. Oh, geil, Alter. So, drei Riesen. Jetzt holen wir uns auf jeden Fall erstmal Juggernaut. Oh, Juggernaut. Erstmal gucken wir hier noch ein paar Parts. Ich kann mich ja schon irgendwo einbauen. Oh ja. Geil, Alter. Naja, ist doch. Oh, vielen, Alter. Der Ersten haben wir. Na, jetzt suchen wir mal erstmal alle Parts hier. Okay. Okay. Hier ist noch ein Part. Ne, doch nicht. Das ist alles geilte Henshin. Tod bringen. Tod bringen. Tod bringen. Wir müssen ja nur irgendwo Teile rumliegen. Das ist ja nur noch frei. Auf jeden Fall hab ich den Kranz nach außen schon mal komplett abgesucht, oder? Turcht' ich mich da. Ohohoh. Ohohoh. Nee, es fehlt noch Karte. Ich will ja gerne einen anderen haben. Feuer oder so. Nee, den jubel ich nicht. Was ist das denn? Insta. Ohohohoh. Erstmal ruhig zwei am Leben. Jetzt können wir echt mal ein bisschen, äh, echt mal ein bisschen suchen. Wir müssen ja wo sein, die Teile, oder? Nee, irgendwie was fehlt noch. Man hätte auch mal eine Anzeige machen können, was man schon hat, ja? Das wäre natürlich noch ein zackensterfer gewesen. Ja, 5.000 Standard, ja. PHT. Rip. Okay. West in Peace, mein Schöner. West in Peace. Ja, keine Ahnung. Ich find hier keinen anderen Part mehr. Ich hole mir auf jeden Fall hier irgendwo eine Standardweifel. Was gibt's hier? 5.000, Junge. 5.000, Junge. 5.000, Junge. 5.000, Junge. 6.000, Junge. Und was episches. Nee, schade. Ich dachte hier immer, cool. hätte ich mir jetzt was schöneres hier wünschen und ein cooles was gibt es hier wo ist denn er da ist er lassen wir kommen den kleinen kriegt erstmal eine mit dem feuer wobei ich dir nach landen könnten uns eigentlich mal gönnen die mütze schon runter komm her ich knall dich mit dem dinge ja ich wollte gerne noch nicht einen stappen okay 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 dinge 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 Das kann jetzt nicht so... Oder muss ich stehen, muss einfach irgendwo anders reinstecken. Nee. Das müssten hier irgendwo noch Parzellin. Ja, keine Ahnung. Könnt ihr jetzt eigentlich... Alles so weit abgehangen. Hab gesucht. Was ist denn das eigentlich? Das ist das mit der Schnecke, Alter. What is it? Das ist ja auch geil. Wenn die Sprühe haben, werden sie langsamer. Ist ja nice. Hier. Das ist ja auch ein geiles Perk. Sobald die in der Nähe kommen, werden die langsamer. Das ist doch kein Weg. Ja. Das ist ja ein geiles Perk, Alter. Ja. Bisschen viel. Hätten ruhig mehr sein können. Ja, aber echt, hier liegt echt nix weiter rum. Ich könnte jetzt hier jedes, äh... Ich hätte mir ja jetzt einen Zeig, den Part. Wo sind die Parts für die Dings? Ich suche den Grabstein, den würde ich mir noch gönnen. Ich hab da den irgendwo gesehen. Ja, es ist aber klar, dass die... Flachzange jetzt kommt noch. Hier ist er. Ja. Das ist ja geil. Sogar der wird langsamer. Das ist ja cool. Das ist ja mal ein geiles Perk. Das gefällt mir. So was geiles ist, Alter. Das ist ja eigentlich... Mit dem Schneckenpirk ist eigentlich genial. Das hat ja auch echt keiner eine Chance. Das ist ja geil. Whoa, 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 whoa. Das ist ja geil. Das ist ja geil, das Schneckenpirk. Das ist genial. Macht zwar alles ziemlich leicht, aber... Oh, guck dir das mal an. Richtig mit Schrauben nach oben. Oh, oh. Was? Oh, meine PDW ist leer. Ja. Ja. Munigen. Haha. Ist das genial. Okay. Die. Ich habe euch nicht mit ihr. Ich habe euch jetzt Hunger in mir. Ich habe euch jetzt hier aufgeführt und gesucht. so eine rentierwelt highlight gewesen ist schon alles durch die hunde langsamer ich glaube es also 4 perk limit ist nein ich glaube ich habe jetzt noch ein ich habe wind erwarte mal da brauche ich aber erstmal hier damals wo Woah 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 woah.... Das war's für heute. Das war's für heute. Alter, episch. Oh, ist das episch, 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 episch. Wow. Oh. 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 ich ihn eigentlich für den? Ah, hier hängen sie. Warte mal, wir haben 1 bei Muller Kick Hast du bloß 2 oder was? Nee. Ah, ich hab noch einen Stab. Geil. Ja, okay. Mach mal den gleich. Das wird ein Schauspiel. 28, oh 28. Da war er nicht. Wo war er denn? Ich konnte halt noch einen Stab einbauen. Der ist ja geil. Der ist geil. Haha, geil. Die spielen wir nur mit Stäben hier. Wo bist du? Komm herzombie! Kann man die auch punchen, Alter? Sexy and soul. Hier habt ihr keine Chance. Nur mit Stäben hier, Alter, geil. Das ist ja genial. Ein kleines Easter Egg wäre noch geil gewesen. Irgendwie ein Song Easter Egg oder so? Aber man sieht doch nicht, ne? Was passiert, wenn da so ein richtiger fetter Mob kommt durch den Eis? Was macht er hier? Er ist Buggy oder was? Okay. Ich verstehe. Ojo, ojo, ojo. Ojo, 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 ojo. Das war's. 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 Das war's.